Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich sehe heute mal ein bisschen ordentlicher aus, denn ich habe ein ganz besonderes Projekt geplant und zwar möchte ich herausfinden, wie schnell Solido eigentlich galoppieren kann. Ich habe das vor ein paar Jahren schon mal versucht herauszufinden, aber das Ergebnis war doch sehr ungenau und deswegen probiere ich das heute noch mal auf eine bisschen andere Art und Weise und möchte euch daran teilhaben lassen. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf und dann wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Video. Und zu einem coolen Projekt gehört natürlich wie immer auch das passende Outfit und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle mal ganz herzlich bei der Firma Rider Steel bedanken, die mir dieses kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Hier seht ihr also meine neue Reithose mit Full Grip, passend zum Thema in Ferrari rot und ich zeige sie euch hier gerade mal ein bisschen. Ihr könnt hier unten noch den gemütlichen Beinabschluss ohne Klett sehen und eine Besonderheit der Hose ist auf jeden Fall die Tasche auf dem Oberschenkel, wo man zum Beispiel super sein Handy reintun kann, was für mein Projekt natürlich sehr sehr praktisch ist, wie ihr gleich sehen werdet. Bevor wir allerdings starten können, muss ich natürlich den Solido fertig machen und das zeige ich euch jetzt. Bis zum nächsten Mal. 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 Auch starten wir mit einer Handy App und zwar heißt diese GPS Speed und zeichnet einfach per GPS die Geschwindigkeit und vor allen Dingen auch die Maximalgeschwindigkeit auf, die man erreicht hat. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Den nächsten Durchgang starten wir mit einem Auto, was neben uns herfährt. Der letzte Durchgang noch einmal mit der Handy-App, aber auf anderem Untergrund. Musik Also grundsätzlich kann man natürlich mit der Handy-App sehr viel präzisere Angaben über die Geschwindigkeit machen, als nur mit der Tachonadel des Autos. Das ist völlig klar. Grundsätzlich bin ich mit der Durchführung unseres Tests relativ unzufrieden, weil die Böden doch nicht gut genug gewesen sind, um wirklich eine Höchstgeschwindigkeit aus Solido rausholen zu können. Der erste Feldweg war zu hart dafür. Das kurze Wiesnstück neben dem Auto war ein wenig ackerig und auch viel zu kurz für unser Projekt. Und der letzte Wiesnweg war auch etwas uneben. Und außerdem kam noch dazu, dass wir über 20 Grad hatten. Solido sein ganzes Winterfell natürlich noch nicht abgeschmissen hat und ihm deswegen auch nicht so ganz der Sinn danach stand, eine Höchstgeschwindigkeit hinzulegen und er relativ schnell müde war. Ja, deswegen bin ich auch interessiert daran, das Ganze nochmal durchzuführen, zum Beispiel wenn wir Stoppelfelder haben oder wenn die Temperaturen ein bisschen kühler sind und Solido weniger Fell hat, weil ich weiß, dass er eigentlich viel schneller laufen kann, als er das heute getan hat. Ich blende euch jetzt hier auch nochmal ein Video von vor sechs Jahren ein, also von 2011. Bitte seht es mir nach, dass ich damals keinen Reithelm getragen habe. Ich habe das noch nicht so ernst genommen zu dieser Zeit und bin meistens ohne ausgeritten. Ich glaube, ich habe ihn nur getragen, wenn ich gesprungen bin. Das ist heute anders. Mittlerweile ziehe ich den Helm auch im Gelände an, aber damals war das eben einfach noch nicht so. Ich denke, man sieht auf diesem Video ganz gut, wie schnell Solido tatsächlich werden kann und sehr gerne würde ich diese Geschwindigkeit auch nochmal etwas professioneller messen, als nur mit dem Auto. Deswegen wird dies nicht das letzte Video zu dem Thema gewesen sein. Wir werden das Projekt wiederholen. Ich hoffe, ihr habt auch Lust drauf. Schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare und ich freue mich natürlich trotzdem, dass ihr alle zugeschaut habt. Nun kurz noch einmal zu der Reithose, die ich in dem Video getragen habe. Die ist, wie schon gesagt, von Rider Steel und wird ab Donnerstag, den 30. März, angeboten. Und zwar zu einem Preis von 39,99 Euro zuzüglich versandt. Wenn ihr aber einen speziellen Gutscheincode von mir benutzen möchtet, der euch nochmal 5 Euro Rabatt gibt, also ihr die Hose dann für 34,99 Euro bekommt. Diesen Gutscheincode gibt es in der Infobox, den könnt ihr einfach eingeben und verwenden. Und ich denke, dass 35 Euro für so eine gute Reithose mit Fullgrip doch relativ günstig ist. Von daher, schlagt zu, wenn ihr möchtet. Beim letzten Deal war es so, dass die Reithose nach zwei Tagen ausverkauft war. Das sage ich euch nur schon mal so im Voraus. Nun nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr das Video angeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und schreibt mir doch gerne eure Video-Vorschläge in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.